Schon so gut wie gelaufen. Wir kämpfen gegen Veni und Cube. Ja und? Ja! Hey Leute und herzlich willkommen zur letzten Folge Titan. Warum, Kalle? Oh ja, wir haben uns zum Kampf verabredet mit Veni und Cube. Mal schauen, ob man jemand dabei kommt. Hallo Kiri, Selbstmord, Zaholo. Ich geh jetzt drauf, Basti. Ich geh jetzt auch drauf, ich geh jetzt auch drauf, ich geh jetzt auch drauf. Okay, wir sind drauf. Oh Gott, oh Gott. So, es wird nicht mehr lange dauern, dann werden Cube und Veni auch hinterher joinen. Wir bauen das ab, wir werden jetzt nichts mehr enchanten. Aber warte, die Ofenkartoffeln, die brate ich jetzt noch. Die brate ich jetzt noch. Warte mal, warte mal, warte mal. Veni, Crouch. Oh, die joinen. Sie joinen, sie joinen. Warte, ich mach nur noch die Kartoffeln fertig. Kalle, das ist jetzt, warte mal, ich hab hier nur Essen, ich hab noch Dias, ich geh jetzt einfach. Warte kurz, ich will jetzt nur noch, ich frier jetzt nur. Ich liebe euch. Ja, dein Fleisch will ich jetzt noch braten. Ah, noch Fleisch braten. Oh Gott, oh Gott. Wir haben niemals Bögen. Kalle, das ist so gut. Oh Mann. So, ich behalte mal einen Stein, weil wir können uns nebenbei ein bisschen nach oben bauen oder ein bisschen zu bauen, Steine im Weg bauen. Ja, 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 irgendwas. So, ich gucke jetzt nochmal ganz aus dem Rucksack, was ich hier so habe. Ah, nein. Alter. Alter, das wäre jetzt scheiße. Was an einem Creeper verrenkt. Oh Mann. Kalle, was auch. Hast du eigentlich einen Apfel? Nein. Ich hab nicht. Jetzt komm, Kalle. Es ist einfach die letzte Folge. Es ist einfach so. Immer noch ein Apfel. Aber Leute, bitte, bitte, also wer da draußen ein gutes Video-Editing oder so irgendwas machen kann, macht bitte ein Best-Of. Dein Fleisch! Achso, mein Fleisch. Ihr könnt ein Best-Of-Titan machen von Kalle und mir. Nächste zwei von mir. Würde mich mega freuen, wenn es auch gut ist, ein Copyright von der Musik hat, dann lade ich das aber auf meinem Kanal hoch. Moment, was sind so los. Okay, Kalle. Ja, warte, ich lege gerade die Ender-Perle bereit. Okay, okay, okay. Ich hab 29 Pfeile. Und einen Bogen. Ja, aber wir haben keinen Bogen. Ich hab einen Bogen. Du hast einen Bogen. Ja, schon seit mehreren Folgen. Lol. So, warte, lass mich mal ganz kurz mein Inventar ein bisschen. Kalle, wo bist du? Hier hinter dir. Du bist hinter mir. Okay, gut. Ich werfe jetzt mal ein paar Sachen weg. Hochstrecken. Oh, Mann. Hä, Basti, warum verabredet ihr euch zu einem Kampf mit wenigen? Einfach, weil das Projekt ist einfach gelaufen. Es muss, wir haben uns jetzt die ganze Zeit nur versteckt, sind die ganze Zeit weggekrochen. Jetzt müssen wir auch mal kämpfen. Jetzt müssen wir zeigen, okay, ja, es ist vorbei langsam. Ich habe das Essen gerade voll. Moment. Es ist nun mal an der Zeit, jetzt einfach sich zu treffen und... Oh, vielleicht, ich greife noch die Hexe an. Vielleicht droppt ihr noch einen Trank? Oh, nee, schade. Wow! Da ist noch eine Hexe. Oh! Ja, nur leere Flaschen. Oh, Kalle, jetzt kommt doch. Ja, warte. Schreibt noch was. Count. Wenn ich wüsste, wie es bei denen abgeht. Was? Das ist bestimmt so, ja, wir müssen das los. Nee, nee, direkt los. Ja, jetzt kommt, Kalle. Okay, die sind hier bestimmt irgendwo, die... Entweder sneaken sich... Sneak, 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 versteck dich. Warum denn? Es ist doch schon so gut wie gelaufen. Wir kämpfen gegen Veni und Cube. Ja, und? Ja! Wo sind die? Ja, genau, deswegen sage ich ja. Deswegen habe ich ja sneaken gesagt. Vielleicht lasst uns mal hier... Entweder haben sie sich versteckt... Wo seid ihr? Ich schreie... Hier geht's rundschauen. Hier geht's rundschauen. ...schon voll rum. Ah, was? Was? Irgendwo. Was? Troll? Hä? Nee, ach so, sie kommt. Hey, ich bin hier unten. Okay. Kalle, ich baue dich... Unter Farbstoff. Kalle, darf ich dich einbauen? Nein. Guck, ich baue dich ein. Ah! Fuck! Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, was sind sie? Oh, 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 oh. Boah! Fuck, fuck, fuck. Lol. Ja, nein! Ah! Nein! Du wurdest von VeniCraft aus dem Team Grün umgebracht. Wenigstens hat mich Veni getötet. Oh, das macht mich glücklich. Geht mal alle zu Veni rüber und schreibt ein Herzchen von mir. Auf jeden Fall bei den beiden. Okay, bei Cube. Bei Cube sowieso auch, weil Cube... Wir waren im Vorgänger zusammen in einem Team. Hashtag CubeBar. Und geht zu beiden rüber, schreibt ein Herzchen. Und jo. Wenn euch das Projekt gefallen hat, Daumen nach oben. Schaut beim Kalle vor rein. Äh, vor rein. Vorbei. Und bitte macht doch ein Best-of. Weil ich finde, dieses Projekt hat ein Best-of verdient. Mit meinen Fails zum Beispiel. Mit meinen Dias finden. Und so weiter und so fort. Aus den 10 Sekunden Kampf bitte eine 30-Minuten-Folge. Bis dann. Und ciao. Ja, das war's auch von mir. Das war's mit Titan. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Schaut auf jeden Fall miteinander vorbei. Und bei Basti. Es hat uns vielleicht eine Menge Spaß gemacht. Und ja, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschaut.